Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Weltenbaustelle. Auch heute wieder mit mir, Markus und Brigitte. Hallo. In der letzten Folge haben wir ja über Feste und Feiern gesprochen, wo auch etwas der religiöse Hintergrund natürlich mitschwingt, was uns zum heutigen Thema bringt, Religion und Götterglaube. In der modernen Welt haben wir ja meistens einen oder sehr stark geprägt einen Eingötterglauben, weil das Christentum sehr weit verbreitet ist. Aber war das immer so oder gibt es andere Formen von Religion, Götterglaube? Genau, du sprichst es eh schon an, vorwiegend bei uns in der realen Welt ist der Montismus der Eingottglaube. Da gibt es ja auch verschiedene Ausprägungen. Es gibt ja nicht nur das Christentum, sondern auch das Islam und das Judentum, was einen allmächtigen Gott anbetet. Dann gibt es noch den Mehrgottglauben. Das würden wir zum Beispiel in Indien ansehen. Das ist jetzt zwar keine einzelne Religion, wenn man es ganz genau nimmt, sondern es sind verschiedene Ausprägungen, die unter eine religiöse Richtung beschrieben wird. Dann gibt es sowas wie den Buddhismus, den Menschen ins Zentrum stellt und dann noch ganz selten, kaum noch auf unserer Welt zu finden, einen, ja früher hat man gesagt, schamanistischen Ansatz, einen Naturglauben, wo man nicht unbedingt an Götter glaubt, sondern an Wesen mit bestimmten Mächten, die bestimmten Pflanzen oder wichtigen Punkten in der Welt, in der natürlichen Welt innewohnen. Das haben wir im Shintoismus zum Beispiel noch. Wenn man das Ganze jetzt zum Beispiel in eine Geschichte integrieren möchte, worauf sollte man achten oder was sollte man beachten? Was macht denn Religion eigentlich aus? Religion macht vor allem Wandelbarkeit aus. Also Religion ist dazu da, dass sich die Menschen mehr zueinander zugehörig fühlen. Sie haben dadurch bestimmte Rituale. Das Leben und das Ja von den Personen wird dadurch gegliedert. Haben wir ja auch besprochen in der letzten Folge durch die Feste, die eine Religion mit sich bringt. Es ist auch Identitätsspenden. Man weiß, wo man dazugehört. Man hat da eine Gemeinschaft. Und Religion erklärt auch die Welt. Also es zeigt auch die Richtung sozusagen im Leben an bei den Personen, die einer religiösen Richtung angehören. Nehmen wir eine Dorfgemeinschaft, schließt sich zusammen. Die haben vielleicht schon den ursprünglichen Glauben, den ursprünglichen Götterglauben. Wie könnte sich das in so einer Geschichte verhalten, obwohl sie schon einen Götterglauben haben? Kann sich das verändern in der Gemeinschaft? Es kann sich verändern. Es gibt ja auch dominante Religionen. Es ist einfach das beste Beispiel, das Christentum zu nehmen. Das Christentum hat ja auch früher sehr viele andere Religionen sich einverleibt, sagen wir es so. Die Leute wurden teilweise gezwungen oder wurden zumindest am Anfang sanft versucht zu überreden, dass sie der christlichen Gemeinschaft beitreten. Und eine Möglichkeit ist dabei, dass man bestimmte Götter oder heilige Personen, Gestalten in die eigene Religion übernimmt, damit man sagt, ja, ihr könnt unseren Gott anbeten, da gibt es auch die und die Person, die ist da ganz ähnlich, das kennt sie schon. Da gibt es so ähnliche Rituale. Du brauchst sie nicht viel anders machen. Du brauchst dann nur noch einen übergeordneten Gott dann anbeten. Warum erinnert mich das jetzt gerade so ein bisschen an Asterix und Obelix und der Seher? Weil es genau auf das anspielt. Aber wenn jetzt so eine Gemeinde etwas abgeschottet ist, kann sich diese Religion an sich verändern, dass die milder wird oder vielleicht in gewissen Punkten sogar extremer? Und wahrscheinlich immer darauf an, wer vielleicht gerade Dorfvorsteher ist oder? Natürlich, es kommt auch auf die Religionsausübenden an und es kommt auch auf die Umgebung an. Die meisten Religionen starten aus einer Art Naturreligion. Man kennt zum Beispiel gerade aus dem Mittelmeerraum, dass die obersten Götter, beziehungsweise auch dann, wenn man weiter in den Norden in Europa geht, die obersten Götter sind meistens entweder kriegstreibende Götter oder Wettergötter. Man denkt da mal an Odin, der ein Kriegsgott ist oder an die Rolle von Thor und von Zeus, die als Wettergötter wahnsinnig wichtig auch für die Bauern waren. Da kommt es halt immer darauf an, was ist für die Person im Moment wichtig. Sind sie hauptsächlich Bauern? Sind sie akratreibend? Sind sie eher ein Händlervolk? Dann wird anderer Gott wichtiger werden. Oder sind sie Seefahrer? Dann hat man mehr in die Richtung Meer und Wasser den Fokus, weil man will ja glücklich ans andere Ufer kommen. Glücklich und gesund. Glücklich und gesund und nicht untergehen. Man kennt Seestürme und Seestürme können extrem gefährlich sein. Das ist natürlich auch beeindruckend. Man sieht dadurch auch die Kräfte der Götter. Ja und wenn viel Krieg ist, ist ein Kriegsgott natürlich wichtig. Dann wahrscheinlich, wenn man es als Beispiel nimmt, ich glaube im alten Griechenland oder bei den Ägyptern, wo ja auch nur die Sprecher der Götter Kontakt zu den Göttern haben, würde sich das auch gut in eine Geschichte einfügen, dass Götter einen Urteilsspruch fällen, weil der Gottssprecher oder wie man es nennen will, der Priester, das halt so interpretiert, weil die restlichen Personen nicht den gleichen Zugang kriegen. Da ist die Frage, was ist das für eine Religion? Ist es eine offene Religion oder ist es eine Religion, was sagt, wir wollen das nur unter den Priestern ausmachen? Sie haben einen Fürsprecher und der bringt es ans Volk und das folgt nur die Personen, die dort wohnen. Also da gibt es ja auch diese Abgrenzungen. Wahrscheinlich, weil Religion ja auch immer sehr geopolitisch, nennen wir es so, geprägt ist, weil nur weil eine Person 500 Kilometer irgendeinen Gottesspruch hat, ist es wahrscheinlich nicht so, dass man sich hier dann unbedingt dran hält, weil mein Sprecher Gottes hat von dem her nichts erzählt. Ja, im Prinzip schon, ja. Aber es gibt da Ausnahmen. Im Römischen Reich hat es diese wichtigen Sprüche nur in Rom gegeben. Die obersten Priester, die diese Zeichen gedeutet haben, waren in Rom. Und durch die Zentralverwaltung ist es dann weitergegeben worden. Also wenn man eine Zentralverwaltung hat über ein riesiges Reich, funktioniert das auch sonst nicht. Wobei man wahrscheinlich dann aufpassen muss, ein stilles Postprinzip. Ja, deswegen so wenig wie möglich unterschiedliche Boten verwenden. Und Mitleider oder sogar noch früher waren ja eigentlich auch die Priester oder wie es bei uns waren, die Bischöfe, ja gleichzusetzen mit einem Staatsoberhaupt oder mit einem Gemeindeoberhaupt. Ja, zumindest haben sie die Justiz ausgeführt. Das ist ja auch noch so ein Thema, wo man für eine Geschichte ansetzen könnte, wo man vielleicht darauf hingeht, dass Gewaltentrennung zwischen Staat und Religion bearbeitet wird. Ja, oder was auch ganz spannend ist, ist das Einkaufen ins Amt oder das Vererben von einem Amt. Das ist dann, doch macht es einen großen Unterschied. Man weiß ja auch vom Christentum, dass es eine Zeit lang gegeben hat, wo... Ich meine, das ist eher das direkte Amt, wo dann das ganze Geld, was von der Kirche eingenommen worden ist, ihm Puff auf den Kopf gehaut worden ist. Und deswegen hat es ja dann das Zölibat gegeben als Gegenmaßnahme für die Priesterschaft. Aber das wären alles, glaube ich, so Ansatzpunkte, wo man auch für Geschichten ganz gut ansetzen könnte. Genau, man darf noch nicht vergessen, Religion ist flexibel. Religion passt sich der Gesellschaft an, passt sich den sozialen Umständen an. Es gibt lokale Ausbildungen, die Rücksicht nehmen teilweise auf die vorhergehenden Götter und auf die vorgehenden Religionen, die dort vorgeherrscht haben. Deswegen kann man zwar denselben Glauben angehören, aber was der eine Gott dort macht, muss nicht das Gleiche sein in dem anderen Ort. Gerade bei Fruchtbarkeitsgöttern, wenn man sich da gerade im Mittelmeerraum etwas zu den Ursprüngen von der Aphrodite durchliest, das ist sehr, sehr weitläufig. Also es gibt einen guten Abriss, wie man das gestalten kann, wie man lokale Einschläge machen kann und wie sich bestimmte Glaubensbilder geografisch vor- und zurückbewegen können. Ein geschichtliches Beispiel, also ein geschichtliches Beispiel jetzt nicht im Sinne von Geschichte der Zeit, sondern einer literarischen Geschichte, wie sich Religion weiterentwickeln kann, wäre zum Beispiel, glaube ich, auch ganz gut für Science Fiction, das Warhammer-Universum, Warhammer 4DK. Das wäre auch eher wie eine Religion aufgebaut ist mit einem Gottkaiser in der Heimatwelt und den verschiedenen Zweigen in Form der verschiedenen Orden, könnte man sich sicher auch noch die eine oder andere Inspiration drin finden, gerade was den Science Fiction Charakter betrifft. Wobei ich sagen muss, mich erinnern sie immer ein bisschen an die Kreuzzüge. Natürlich, wir haben ja einen Kreuzzug. Ja, ich meine es direkt an die geschichtlichen Fakten. Wir werden da sicher auch mit Inspiration gefunden haben. Aber bei Science Fiction kennst du die einfach besser aus wie... Ja, somit gilt auch heute wieder, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.